Hey! Hast du etwas Zeit für uns? Du bist ja winzig. Bist du in der Zehnten? Ich glaub, sie hat ihre Zunge verschluckt. Hast du Angst? Wir wollen ja doch gar nichts tun. Na los, komm schon. Sag doch auch mal irgendwas. Berat uns wenigstens deinen Namen. Wie heißt du? Wollen wir langsam gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Dann tun wir das mal.